Oh man, ey. Das will ich doch nur vergewaltigen, ey. Aussicht. Ja, ich will dich auch grad sehen. Ja, man. Alter, wie geil sieht das aus, man. Mega. Hoppla. Was mir das bei anderer Leute Antennen aber auch immer wieder passiert. Schlimm. Na los, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Kann man auch natürlich nur mit einer Antenne machen, ne? Ja, klar. Man kann das auch nicht irgendwie zu Fuß machen, also ohne irgendwas, nein. Nein, nein. Man braucht nur eine Antenne zum Balancieren. Das war'sig. War'sig. Du hohle Nuss hättest uns beinahe umgebracht. Das hab ich schon so oft gehört. Aber noch nie. Du hast uns umgebracht. Und da war der Unterschied. Das reicht jetzt. Das Maß ist voll. Ab jetzt wirst du dich zurückhalten. Wir übernehmen den Rest. Also, wie geht dir vor? Du könntest springen? Viel zu weit. Aber vielleicht könntest du den Rotor anhalten. Sei kein Rufus. Die Rotoren halten das Hochboot in Wahrheit. Selbst wenn wir ihn blockieren könnten. Das Hochboot würde kippen. Das wäre unser Ende. Das ist doch eigentlich gar nicht so schwer. Ein Sender. Du musst runter erstmal. Auf die andere Seite. Kommen wir nicht. Nee? Nee. Wie gartlos ranzukommen wäre. Du hast ein Inventar? Ja. Mach mal Platz. Ich habe einen Plan. Stopp nicht! Und wer ist jetzt hier der Dorftrottel? Du natürlich. Wie sich das gehört? Hä? Wieso? Da guck doch hin! Der Sender ist in den Rotor gefallen. Und der bliegt fröhlich und wohlbehalten vor sich hin. Verdammt. Er ist immer noch aktiv. Sollen wir denn da jetzt rankommen? Runterspringen. Das hätte eigentlich sehr. Hab ich doch noch an. Da unten ist ein Catwalk. Ich sehe es. Wie stehen wohl unsere Chancen zu springen? Darunter? Du wärst ja wirklich von Minute zu Minute dämlicher. Beantworten Sie die Frage, Kletis. Bitte was? Na, Sie sind doch der Inspektor hier. Dann lassen Sie mal Ihre Einschätzung hören. Wie stehen die Chancen? Wenn man die Drehgeschwindigkeit und den Radius in Betracht zieht, etwa 1 zu 3, dass wir es überleben, ohne vom Rotor zerfett zu werden. Ja. 1 zu 3 ist doch nicht schlecht, oder? Es kommt drauf an. Es entspricht in etwa deinen Gehirnzellen pro Kopfverhältnis. Ja. 1 zu 3 ist doch nicht schlecht, oder? Wenn wir alle drei von unterschiedlichen Positionen ausspringen, kann es einer schaffen. Das ist doch Irrsinn. Hast du einen besseren Vorschlag? Pfff. Dann ist es entschieden. Wir alle springen auf 3. 1. 2. Hey, was ist los? Sprengt ihr gar nicht? Du doch auch nicht. Alter. Ich wollte wohl nur noch gehen. Was? Ich? Nein. Wer ist allein gesprungen? 1 zu 3 ist doch nicht schlecht. Es kann drauf entsprechen. Aber jetzt nicht auf 3. Okay, 1 zu 3. Ja. Was für ein Spast. Was? Ja. Hast du gestorben? Nein. Ich dachte schon. Wie so aussieht nicht. Aufwachen! Echt nicht, ey. Aua! Was ist passiert? Du hast es geschafft! Bravo! Wo ist Kletus? Ich glaube, er hat es nicht geschafft. Ganz sicher bin ich mir nicht. Es ging alles sehr schnell. Naja. Siehst du den Sender irgendwo? Ich bin dran! Von hier aus komme ich da nicht ran. Aber von der anderen Seite. Schrauben lösen. Moment. Wenn ich diese Schrauben löste, was fielte dann die Brücke? Ja, egal. Nichts. Wenn ich diese... Nichts. Okay. Schraube. Sehe ich da wirklich eine Tür? Nein. Wenn ich... Das ist noch neu. Ja. Ähm. Da ist jetzt auch noch eine Schraube raus. Wo sind denn jetzt Schrauben? Weil da ist eine Schraube drin jetzt. Ach, warte mal. Wenn ich jetzt die Schraube hier... da reinpacke. Genau, dann kann ich die Schraube hier... hat die Schraube eine andere Farbe. Ja. Das ist doch voll logisch. Wo ist die Schraube da hinten noch? Und dann... Trorla. Noll. Ich hab ihn. Hörst du, Argus? Ich hab ihn. Sehr gut. Und jetzt? Kaputt machen. Hä? Was? Ach so. Ja klar. Meine leichteste Übung. Hörst du, Argus? Hörst du, Argus? Äh. Und... Ein Rotor. Jetzt komm ich da nicht ran. Wenn ich ihn werfe, würde er nur abprallen. Warte. Hab da noch Schrauben? Oh. Ja, was selber ankommt, ey. Das sind die Schrauben. Ja. Nein, was tust du? Ich zerstöre den Sender. Was sonst? Du willst doch nicht deine Hand in den Rotor halten, oder? Doch. Du wusstest ja, dass du ein Idiot bist. Aber... Das übertrifft an Dämlichkeit, wenn nicht alles, was ich jeweils gehört habe. Wurde vier und fünf. Ich habe es geschafft. Der Sender ist kaputt. Der Podia ist gerettet. Ja, ganz große Klasse. Und nur, um es noch ein bisschen interessanter zu machen, hast du den verdammten Rotor blockiert. Dann hilft mir hoch, dann wird wir den Rotor wieder zum Laufen bringen können. Es wäre schön blöd, wenn das Hochboot gerade jetzt auseinander bräche, wo Elysium ja schon fast in Wurfreichweite ist. Ja, das ist eine Idee. Eine andere wäre, mich da unten verfaulen zu lassen. Das kommt wohl ganz drauf an. Worauf kommt das an? Wie du dich entscheidest. Hilfst du mir bei meinem Putsch gegen den ältesten Rad? Wie bitte? Äh? Alter. Was ist denn jetzt los? Irgendwas blockiert den Steuerbordrotor. Ist das schlimm? Keine Ahnung. Der bist du, Deponier, bereits. Wir werden abstürzen. Wir sind doch so gut wie da. Man kann bereits die unteren Schleusen erkennen. Schleusen, sagst du? Aber natürlich. Die Wartungsleitern. Vielleicht kann ich uns lange genug auf Position halten, um das Hochboot zu evakuieren. Los, trommle deine Freunde zusammen. Und was ist mit den Organons? Die natürlich auch. Jetzt, da die Sprengung abgesagt ist, wird Argus seinen Plan ja wohl hoffentlich noch einmal überdenken. Ich benachrichtige den ältesten Rad. Aber was wird aus dir? Goat, wir haben jetzt keine Zeit für Diskussionen. Alter, Mann. Ich bin ernsthaft. Eigentlich ist es schon zwölf, aber das ist kurz vorm Ende. Irgendwie. Ja, ich bin ja noch zwölf. Ja, ja. War unter nicht. Ich auch nicht. Das werde ich niemals zulassen. Sie ist doch ein, Rufus. Diese Soldaten da unten sind unsere Brüder. Sie haben dieselben Gene. Wir sind im Grunde identisch. Warum solltest du nach Elysium dürfen und nicht einer von ihnen? Oder zwei, oder drei? Wo ist die Gänze? Oder 10.000? 11.000. 11.000. Wo etwa? Nein. Aber nada. Was sagst du? Du war meine Leiche. Ja. Schade, aber nichts zu ändern. Ich hatte mir schon gedacht, dass du uneinsichtlich sein würdest. Mach's gut, Rufus. Ich habe gerade so Fisch gesagt. Nein, nicht nur. Nichts, ich habe gerade so Fisch gesprochen. Drei MDR. Ich habe gerade so Fisch gesagt. Ja wieder. Das Schmerz. Oh wie scheußlich ist die Welt. Selbst schuld. Au. Ja, lach du nur. Aber jetzt sitzen wir schon wieder im selben Boot. Ich glaube, ich kann mich befreien. Achso ist Rufus. Um Himmels Willen. Der Hof verklemmt nur weil wir dazwischen stecken. Wenn sich einer bewegt, beginnt er sich wieder zu drehen. Dann sterben wir alle. Aber wenn wir den Rotor weiterhin blockieren, wird das Hochboot abstürzen. Wir sind so oder so tot. Wie sind wir nur in diese bescheuerte Lage geraten. Ja Leute, jetzt kommen wir an die beschissenste Stelle im ganzen Let's Play bzw. Stream. Denn nach dieser Szene, die ihr jetzt gerade gesehen habt, ist der Stream kurzzeitig ausgefallen. Viel wurde nicht verpasst. Es waren 1-2 Minuten, die der Stream weg war. Und in der Zeit ist einfach nur Goal hinzugestoßen und muss eine der 3 Personen retten. Und Rufus muss jetzt beweisen, dass er der richtige Rufus ist. Und ja, das versuchen wir. Aber erst im nächsten Part. Denn dann wird's erst so richtig spannend und so richtig episch. Und da das dann auch der letzte Part sein wird, habe ich mir gedacht, lassen wir diese Stelle einfach mal im letzten Part auch drin. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein. Der fehlt das Gespür für Rumor. Doch noch ist es nicht zu spät. Putz mal dein Hörgerät. Der Rufus Geschichte ist noch nicht vorbei. Sie geht weiter da, wo sie mal kurz anholt war. Und zwar auf dem Pony. Der Kapo Alphine 0 Spot an für Teil 3. Rufus Spot an für Teil 3.